müssen ja hier rein so was haben wir jetzt hier ist aber schnee das zeichen der königin prangt auf der dieser tür ich brauche den passenden schlüssel um die tür zu öffnen okay der falsche spiegel ist ein mächtiges artefakt in den falschen händen kann dieser spiegel die welt zerstören und ist noch eine tür sieht so aus können wir nichts machen und da können wir nicht spielen okay das kennen wir ja schon so ähnliches hatten wir schon noch ordne jedem charakter seine entsprechenden kopfschmuck zu der hat die hirnchen der hat bestimmt kein zylinder eine schlange trägt er auch nicht auf den kopf das ist sie so das ist medusa der ritter der ritter der ritter der ritter wollen jetzt ohne muss da habe ich doch dass da noch eine tür war ich quere den thronsaal und finden sie doch schon einem kind scheint über die öffnen die flucht gelungen zu sein also bestimmt hier steht geschrieben das goldene kind erstrahlt wenn es magische gegenstände berührt die schneekönigin hat ihr goldenes kind gefunden ich glaube ihr name ist gerda sie wird tief im palast gefangen gehalten kai floh bevor die falle zuschnappte du musst ihn finden bevor das biest es tut warum muss ich euch da raus haben so also da ist hier kai durch die äpfel das sind die äpfel des goldenen apfelbaums einhänge der kinder können und ihn gegessen haben kai floh bevor die falle zuschnappte du musst ihn finden bevor das biest es tut die wand hat einen großen riss doch er ist noch nicht groß genug um sie einzureißen sich hier oben ist es sicher ich möchte nicht dass mich dieses furchtbare biest noch einmal fängt die diese wunderschöne verziehung auf dem spiegel nein doch da drin ja und weiter und text hier magst du nicht weiterreden ok das ist bestimmt ein bild und das mini spiel auch das schon wieder ihr wisst ja wenn es mir zu lange dauert wird gelöst mal grün einfach mal erst mal auf gut glück ne 1 moment 14 rote ok das war wohl weniger was jetzt sind rote das ist aber derbe drei blaue kein blauen mehr fast nein reicht nicht wo war ich denn jetzt nee dann verbaue ich mich ja selber ich komme jetzt hier nicht durch muss ja dann in die richtung der ist da das sind aber noch zu viele rote die ich hab das geht nicht dass der grüne hier zu viel 1 1 2 1 2 1 möchte noch einen roten ja was ist das war nicht weil ich nichts gekriegt haben kann ich rein aber jetzt wimmeln wir dann erst ach gottchen prinsenfigur hier sehr unübersichtlich dass das das ist nichts ja da war auch noch was da unten steht ein stiefel könnte auch was sein nein 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 so robe kopf hose und bein das ist keine oberste ist ein umhang und kopf na den kopf sehe ich schon da haben wir die mit und er bleibt da oben jetzt sitzen oder die karte ist muss die schatzkammer der ist königreich sein den hebel hebel ich gleich die tür bewegt sich kein stück ich glaube ich kann kann nicht auch auf die andere seite kommen hier war es doch mal ab haben wir hier die goldenen blätter erwecken den eindruck man befände sich in einem verzauberten wald drei von vier der falsche spiegel wurde aus der schatzkammer entwendet einige eis eis splitter sind noch geblieben ok nicht so schön dass der spiegel fehlt hier werde alle juwelen finden müssen was soll ja gut auch wenn man nicht einen von ich war schon in die kälte war nicht in der dings in der kapelle glaube ich habe etwas von anderen zimmer gehört ok bringen die rose zum leuchten indem du jeden jedes jede etappe das rätsel löst ok 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 ein teil haben wir das ist so ein bisschen wie bei dem froschkönig das an der wand damit in mit den jahreszahlen was haben wir ah jetzt müssen wir die sterne bestimmt alle anschmeißen alle anschmeißen ich hasse solche rätsel ok das machen wir gleich oh glück den doofen und ich werde nicht hier raus gehen wie beim letzten mal ähm ja ne geht nichts auf was haben wir da müssen wir doch bestimmt ja welche blume ich denke man naja so eine rose bestimmt nicht so warte ganz systematisch was haben wir hier rose ok irgendwie fehlt doch hier noch der ne ok ok lala 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 so was müssen wir jetzt hier einstellen 60 ja hätte ich jetzt mal irgendwie ok auch eine rose Das ist jetzt wirklich nur hin und her geschiebe. Nein, das passt immer noch nicht. Ach, jetzt habe ich vergessen, wieviel ich da noch hatte. Einen zu viel. Reicht das schon? Nein. Das müsste jetzt, ne? Nein. Ach, Mist, verdammt. Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen. Kai ist zu verängstert. Ich muss ihn noch ein wenig mehr überzeugen. Ich kann Kai nicht zurücklassen. Ach, ist das die Höhle vorne? Kommen wir hier auch hoch? Ne. Was haben wir denn hier noch? Da unten haben wir eine Aufwand. Ach, warte mal. Komm schon, wir müssen meinen Vater finden. Er weiß, wie die Kinder gerätet werden können. Das Portal der Schneekönigin sollte uns bis ins Dorf bringen. Mutiger kleiner Junge. Okay, das ist jetzt hier so eine Abkürzung. Ja, wenn wir gleich, wir gucken jetzt eben mal nach Kai und dem Ding. Oh, Kai. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Danke, dass du meinen Sohn gerettet hast, Detective. Nun will ich dir helfen. Ich werde alle nötigen Werkzeuge holen und dann zurückkommen. Als die Schneekönigin versuchte, mir diesen Apfel zu geben, nahm ich ihr diesen Anhänger ab. Ich weiß nicht, wozu er dient, aber du solltest ihn haben. Dankeschön. Kapitel 5. Also, er düst jetzt los und holt das Werkzeug. Detective, ich werde einige Zeit brauchen, meine Werkzeuge vorzubereiten. Ist in Ordnung. Da noch was? Jo. Neues Wimmel. Die Kröte sitzt da immer noch. Gut, dann wimmeln wir nochmal. Schwerer Vorschlaghammer. Köh, bauen wir einen Vorschlaghammer. So, dann bauen wir mal. Oder auch nicht? Das sieht auch so gut fast aus. Und das hatte er vorhin noch auch nicht. Irgendwie sieht der Haken aus, als ob er vorhin schon eine hässliche Nase im Gesicht hätte. Ich meinte. Glöckchen. Hier noch was. Ne. Auf den Schultern, Brust. Mütze. Aber da hängt was, was da nicht hingehört. So, da. Da. Das. Das. Nein. Aber sonst. Da was. An der Lampe. Nö. Nein. Da noch ein Teil. Der Stern da rum. Nein. Das da. Schön. Nettig. Froschihammer. Huch! Froschi setzt sich doch da rein, dann ist es nicht so kalt. Huch. Haben wir also hier alles, oder wie? Denk ich mir, Mann. Jawoll. Also, du düst jetzt los und holst Werkzeug. Ich geh noch mal gucken. Hier war... Moment, was war das gerade? Hab ich hier nicht gerade auch einen Chameleon gesehen, oder war das nur der Hase? Äh, nein, war da nur der Hase. So, dann bauen wir jetzt die Erde. Na gut, dann bauen wir mal die Erde. Huch. 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 Das brauchen wir. Das brauchen wir. Die Krone brauchen wir noch nicht. Das Teil brauchen wir. Nein. Das ist immer nur ne Schlange. Huch. Da brauchen wir jetzt auch nichts. Da ist noch was. Da oben drin ist auch noch was. Da liegt auch noch was, was wir mitnehmen müssen. Dann haben wir hier noch irgendwas. Da liegt noch was. Der Pin ist kein Pin, sondern ein Dings. Um den Deckel da zu halten. Und da ist noch was. Die Erde. Von dem Dings. Ja, aber wir brauchen den jetzt nicht. Weil hier um die Ecke ist schon das nächste. Ja, aber die haben uns fehlen da immer noch welche. Da kommen wir auch noch nicht rein. Turmschlüssel. Okay, dann bauen wir jetzt den Turmschlüssel. Das nehmen wir mit. Da liegt auch was. Da ist auch was. Da ist nichts. Da ist noch was. Da ist auch noch was drauf. Nein. Da unten drunter. Nein. Da unten drunter. Da bin ich hier unten auch. Hin. Das nehmen wir mal. Das auch. Da hinten. Das nehmen wir mal. Da hinten. Nein. Sieht nicht so aus. Hier war jetzt auch nichts mehr. Ne? Nein. Ketten. Nein. Dann machen wir jetzt hier weiter. Das können wir mal mitnehmen. Also da, das können wir mal mitnehmen. Das Teil noch mitnehmen. Und das werden wir mal mitnehmen. Das kann man schön einteilen. Ja. Da sind jetzt noch 4-2 fehlen noch. So. Und da hab ich noch eine Aufgabe. Ja, klar haben wir noch eine Aufgabe, aber uns fehlen ja noch zwei Teile mehr konnte man hier nicht machen, oder? ich kino was das spiel okay dann gehen wir jetzt erstmal bernsteinkelch nummer fünf ist das dann kleiner süßer dicker hause aber nur von fernherrn so wir hier im endstiles jawohl so das da das das auch wir auch noch was brauchen wir hier von der seite es fehlt uns noch dieser ja der griff doch in der krypter ja ohne den letzten schwer da was zu machen hier war nichts da noch was wir hier einen turmschlüssel da war jetzt nein da ist nur das für die planeten wo die erde von haben das ist der turmschlüssel ja gut auch gut agate